Hallo ihr Lieben, heute zeigen wir euch einen erfolgreichen Kampf gegen die Mithelden und dieses Mal mit Doom als fünften Charakter. Unser Shadowland Team ist 630k stark und wir spielen gegen das Mithelden Team mit Doom, welches 490k stark ist. Unsere Waffenkammer und der Hangar sind noch aktiv. Die gegnerische Krankenstation und die Kaserne konnten noch nicht zerstört werden. Wir befinden uns entweder in der Sicherheit oder in einem an der Sicherheit angrenzenden Raum. Auf unserem Team wirkt Defense Down. Zusätzlich ist das gegnerische Team durch einen Spieler verstärkt. Kill Order, Doom und dann der Charakter, der als erstes keine Aufladungen mehr hat. Kampf Mit Moon Knight's Ulti entfernen wir positive Effekte und verteilen Heilblockade. Elektra wendet mit ihrer ultimativen Fähigkeit Zerrütten auf Doom an. Durch Wild Tigers Special bekommt Doom Fähigkeiten Block und es zusätzlich verlangsamen. Mit der Special von der Nachtschwester bekommt Wild Tiger einen zusätzlichen Angriff. Durch die Ulti von Daredevil stirbt Doom und der Doom Bot. Nächstes Ziel ist jetzt Iron Fist. Wild Tiger entfernt von sich alle negativen Effekte durch ihre Ulti und wendet auf Iron Fist Heilblockade an. Mit der Ulti von der Nachtschwester werden alle negativen Effekte umgewandelt. Durch den Sport von Luke Cage gehen nun alle Angriffe auf ihn, bis er stirbt. Danach einfach weiter runterspielen. Viel Erfolg Commander! ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.